Hi Leute, das ist mehrteiler Teil 1, wie immer in der Playlist erhältlich. In dem Teil geht es mal wieder darum, wir bauen eine Kiste weiter. Ja, das wird wahrscheinlich der letzte Teil sein, denn wir nähern uns dem Ende. Wir müssen es nur noch verschrauben und dann sind wir fertig. So, als erstes mal den Raum hier weg tun, denn ich will mal hoffen, dass eure Beize jetzt trocken ist. Meine Beize ist jetzt trocken, wenn ihr eine andere habt, die nicht von Kloos, die länger brauchen, wir wollen in der Zeit essen und die Beize ist jetzt trocken. Dann wird es einfach so, dass ihr bis zum nächsten Tag wartet und das Ganze dann zusammenschraubt. So, ich würde sagen, bauen wir die mal zusammen. Mal wieder wirtsschrauben, was hättet ihr anderes gedacht? Ohne uns wäre der verloren, oder? So, jetzt scherzt. Alles, was zusammen gehört, werden die Dinger bloß noch verschraubt und dann sind die Dinger fertig. So, jetzt sieht man alles auf jeden Fall. Es ist alles drinnen. Jetzt müssen wir mal schnell den Fit wechseln und vom Fit 10 auf Asi wechseln. Dann kann es auch schon losgehen und das Ganze zu verschrauben. Wenn ich verschrauben könnte, könnte es natürlich auch vergiblen, denn hier ist jetzt richtig schön und bald. Ich habe euch jetzt nur mal die schöne Variante gezeigt. Sonst hätte ich das auch nicht hingesaut, auf gut Deutsch gesagt, denn hätte ich mir ganz sicher nicht die Mühe geben. Das ist einfach nur, wenn ihr das nachbaut, dass ihr was Schönes nachbaut. Und ich mache das jetzt hier einfach als Restholzkiste. Und ein bisschen schön geschneit und kann jetzt, denke ich mal, auch nicht schaden. Ich nehme euch jetzt einfach mit, wie ich das Ding verschraube. Allerdings habt ihr gesehen, ich habe so viele Bretter geschnitten. Ja, ich habe zwei geblatet. Und deswegen zeige ich euch nur bei einer Kiste, wie ich die zusammenschraube. Und die zweite Kiste mache ich dann ohne Kamera. Denn ich mache auch nicht alles mit Kamera. Man kann sagen, ich mache schon vieles mit Kamera. Aber alles will ich dann doch nicht auf Kamera. Denn es passiert noch in echtem Leben. Sehr viele Sachen, die man nicht immer auf Kamera muss. Aber ich habe auch letztes ein paar Halter gebaut. Ohne Kamera. Und nicht einfach mal spontan. Das habe ich halt auch einfach gemacht, weil ich gerade Bock hatte. Dann bin ich in die Werkstatt gegangen. Hat was gemacht. Und dann ist das Ganze fertig. Eigentlich muss das Ding nur noch verschraubt werden. Dann sind die Kisten an sich fertig. Weil der muss nicht... Herrgott, bin ich jetzt zu blöd zum Schrauben oder was? So. Reingeschraubt. Fertig. Unsere Kiste ist somit fertig. Sie hat hier zwei Griffe. Und man kann sie so tragen. So einfach geht das. Ich mache jetzt noch die zweite Fertigung. Dann sehen wir uns wieder. So. Jetzt ist die zweite Kiste auch noch zusammen gebaut. Jetzt kann quasi ganz einfach aufgeräumt werden. Und dann ist die Kiste fertig. Somit geht das Video zu Ende. Das Thema zu Ende. Von wegen Kisten bauen. Schnell und einfach. So kannst du dir wirklich in einer halben Stunde schnell die Kiste bauen. Ich brauche dafür eine halbe Stunde. Ich habe es jetzt in mehrere Teile unterteilt. Dass es, ja, Nachbauwahl ist. Und da ich viel gebeizt habe. Ähm. Was kannst du machen? Du kannst es nachbauen. Und was du nochmal kannst. Ein Abo da lassen. Kanal abonnieren. Vlog aktivieren. Like da lassen. Bis dem nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.